Ich sehe das, ich spüre das, ich spüre die Bewegung, ich sehe den Ballflug und das werde ich jetzt produzieren. Ich bin jetzt nicht mehr auf diesem Platz. Ich werde dir jetzt sagen, was ich tue, wenn ich einen absoluten Horrorabschlag mit dem Driver machen muss. Wir haben alle solche Löcher. Es sind schwierige Löcher, beziehungsweise das sind Löcher, wo wir nie das Fairway treffen. Viel schlimmere Dinge passieren. Wir schlagen den Ball ins Aus, ins Wasser, spielen ganz hohe Ergebnisse und dann kommen wir wieder zu diesem Loch. Und wir sind vorzielt mit dem Driver zu schlagen. Da könnte verschiedene Gründe sein. Es könnte zum Beispiel ein ganz wichtiges Loch im Turnier sein, das letzte Loch. Man muss ein Power oder Birdie spielen und man muss einfach angreifen und mit dem Driver spielen. Aber leider hat man diese ganz schlimme Erinnerung an diesem Loch. Ich habe solche Löcher. Das kannst du mir glauben. Aber was ich tue, ich verwende alte Erfolgserlebnisse, die ich irgendwo auf der Welt hatte. Ich stelle mir vor, das ist ein Loch, das ich absolut nicht mag und noch nie das Fairway getroffen habe. In diesem Fall werde ich an einen Abschlag vor 35 Jahren denken. Das war eine Klubmeisterschaft in dem Metropolitan Golf Club in Kapstadt, direkt unter dem Berg, wo ich einen absolut genialen Abschlag gemacht habe. Links ist die Straße zu Roter Front, rechts sind Menschen auf anderen Golflöchern und ich habe einen hohen Draw da gespielt. Ich kann mich noch erinnern an das Gefühl, ich kann es sehen, ich kann es hören, wie ich den Ball getroffen habe. Ich sehe den Ball jetzt noch fliegen. Und ich werde jetzt in diesem sehr schwierigen Moment daran denken. Okay, ja, ich gucke zum Ziel. Ich gucke zu diesem schlimmen Loch für mich, damit ich mich richtig ausrichte. Aber mein letzter Gedanke ist vor 35 Jahren am Loch Nummer 5. Ich sehe das, ich spüre das, ich spüre die Bewegung, ich sehe den Ballflug und das werde ich jetzt produzieren. Ich bin jetzt nicht mehr auf diesem Platz. Oh, das ist ein sehr hoher Draw. Komm, komm, komm. Ich denke, das sieht gut aus. So, ein Gedanke, der mir wirklich extrem hilft. Und ich denke, das wäre auch etwas für dich. Ich wünsche dir eine schöne baltische Golfrunde. Tschüss.